Was einziehen könnten, ne? Aber es funktioniert auch nicht. Ja, dafür gibst du die anderen. Komm, ein Ding noch. Unten? Nicht? Nee? Warum hab ich... Ja, hä? Wie hab ich den denn? Ja. Werden's, no? dann hier die wand einreißen noch acht stück sauber ist das denn da ist okay den muss ich dann da rein über die kontrolle dann war es immer für die haupt weiß ich immer angst habe ein koppel musik das irgendwann wieder was zuschlägt so klack ja dass der ganze zeit von von dem channel und von pixelmusik anzeigen kopp über das herr kam noch nichts also sowieso weißt es bei kommt erst mal dass du die ganzen gamer videos die bei uns gespätzt ist mal wieder laufen so laufen sollen angeblich überzeugt bin ich nun wieder laufen ja also alles was sie bei uns mit gamer gespät ist soll laufen bald okay die einfach gucken kannst meine videos kann man ja gucken weil wie man jetzt generell ja ich sag mal musik was so wo oder wenn du videos anklick steht doch manchmal dieses kann neben deutschland nicht abgespielt wegen gamer verstößen sowas das soll weg kommen ja das würde doch schon lange weg ja aber soll jetzt sagen es ist jetzt offiziell das weg kommt ja aber das ist doch schon länger offiziell der offiziell und dann so ja wir machen es mal offiziell mal gucken aber wann genau und da hat noch genau so ein regal ich habe eine diamantpferde rüstung da muss ich auch noch gucken wo ich pferde finde hier so ich brauche jetzt zwei obsidian wolle 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 bin gerade überlegen ob ich direkt rot nehme für als farbe kuhl irgen jemand hat fänt am bad und wäscht wäsche doch riechst du das nö das ist sogar meins ich bin mir grad so ein du nuss ey na ja orange Ich bin die Niveau raus X4 Wäsche so doof 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 Auch die rote Farbe Ich hab schon vergessen, dass ich Wäsche Heerwasch Gut, dass kann auch nur dir passieren ich will kein pink ich will nicht nein die poppiflauer kein monster nie bei das ist auch schon mal schön jetzt fährt mein gott ja nix ich hätte noch blei gießen suchen dann suchen viel spaß viel hardcore du bist so behindert ich denke das ist passiert ich habe noch eisen in der tasche weil sie anstatt ich suchte wollte gerade eisen wieder suchen gehen statt im keller zu gehen eisen zu holen bist du behindert ja dass du 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 bist das weiß ja hat vibriert was will jetzt von mir mein handy sagt ernte die milch die milch kann eingesammelt werden schlimmer ist wenn er wenn der handy auf ton ist ne und diese meldung kommt du kannst milch einsammeln dann mut mein handy oder wenn die eier einsammeln kannst oder die züge wo die züge habe ich mich erschrocken nachts ich habe den ton von dem spiel angelassen und auf einmal sagte züge kommen oder alle züge treten ein er sagt aber nur wenn alle da sind nicht wenn einer kommt habe ich mich erschrocken nicht ohne mein abends kleine schwaches herz hat das fast immer mitgemacht so zack lava das wird auch nicht so komisch aufstecken jetzt muss ich was googeln googeln oder googeln wohnen kohle und so als blöcke oder so als blöcke lieber ein bisschen ne weiß ich nicht in der kohle ein bisschen machen und als blöcke als blöcke ist ja generell eigentlich besser ja eigentlich schon weil dann hast du mehr platz und sparen und wenn man das dann mit dem eisen und so hoch machen ja dann würde ich aber eine kräftige station davor bauen ja gut das kriege ich auch noch das mache ich auch noch so ich habe aber nicht die lehnen stelle dann mache ich ja was ändern zettos du bist kaka 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 das so machen das ist ja relativ egal du bist denn irgendwann war doch eine workbench hier unten warte mal die habt ihr hier hingestellt ich hab doch hier eine workbench hingestellt der faul war das denn jetzt ach so ich Ok Framing Table Hä? Da sind ein paar Sachen neu zugekommen Pack in Tabs Nö Wollen Sie von welchem Mod ist das denn? Drawers Mod Ok Schreib doch äh DRA1 Was soll ich angeben? DRA Ja Na kommt bei mir nix raus DRA Was soll letzter sein? Ach die vorher Ich glaub die waren vorher schon da Ich glaub die waren schon da Nee ich glaub die waren schon da Kompakt vor war das ne ja Packing Tape Packing Tape Seals Drawers for moving Ok dafür brauchen wir Stein Festen Eisen Stoar Schreib hinterher Chemisch 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 Slamen Slamen Wanns nicht ne 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 Kaktusgrimm ist es sein Frage ist Klappt das denn auch? Schon Muss ich jetzt mal testen Ich muss das mal bauen Überlegen Wie ich's mache Hmm Wann ich den da einstelle? Und hier drunter ist glaub ich auch nichts Ich hab keine Axt Das war das Problem noch Ich hör kein Sinn auf Hm Was geht ab? Was macht was ich denn die ganze Zeit unten? Ne 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 Ich hab' ich noch Cobblestone Huch Huch Boah das ist natürlich auch geil Das sind nur die Cobblestone Obwohl die werden dafür scheiß egal Was ist geil Was ist geil Was ist geil Hä Was ist geil Ich hab' dich gefragt was ist geil Äh Nein das ist egal Ich hab' mich das jetzt machen Ich würd's hoffen dass es egal ist Mhm Bitte Äh die Pisten Ja Ich hab' mich bewusst Ich hab' mich mit W Untertitelung des ZDF, 2020